Wo ist es dann auch? Meine Damen und Herren, dieser Auftritt wäre bei weitem nicht so spektakulär gewesen, wenn sich nicht Walter Kribitz, der jahrelang, bzw. ein Jahr lang den ganzen Tag sich überlegt, was er aus diesem Krampus- und Berchtlauch noch machen kann, auch ein rotes Licht für diesen Auftritt besorgt hat. Wo hast du denn das geflatet? Vergebets. Achso. Der verräg ich nicht aber eh, was ich weiß. So, die Köplacher Burgteifel, meine Damen und Herren. Ob man nix hat, das ist der mit den gekreuzten Hörnern, nehme ich an. Ja? Der tut nicht mit den Augenkreis schnauze, sondern mit den Hörnern. Der Brauchstumsverein Köplacher Burgteifel wurde im Jänner 2019 von niemand geringer als dem Obmannsheft Nick Sattler und Sven Rohl gegründet. Seitdem sind die weite Herrschaft tief verfeindet, weil es immer darum geht, wer als nächster der Obmann sein darf. Dieses Jahr hat sich Nick Sattler durchgesetzt und Sven Rohl musste den Kürzeren ziehen.